Und damit herzlich willkommen bei Du bist ja wieder voll fit, oder? Verletzt. Noch nicht tot. Schneiden verursacht Schaden. Der braucht auf jeden Fall ein Schwert, der Typ. Dann kommen wir nochmal wieder. Dann kommen wir mal 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 wieder. Bogen, achso ist unser Bogen Na gut Hier gibt's Leben, okay Wo ist denn mein Gefährte geblieben Hä Hat er sich schlafen gelegt oder was Können wir hier schon mal direkt rein machen Da bin ich ja mal gespannt Schlafen Tag 13 Oh, das Sachs fährt freigeschaltet Kann ich das jetzt hier in der Werkbank herstellen direkt Jo Brauch auch wieder Riemen Und Nägel So, die kann ich jetzt hier herstellen Boah, wieso keine Riemen Wo ist das Hemd? Brauch auch Riemen Dorfhalle braucht 15 Riemen Ich seh gar nicht, was das noch braucht Wie macht mir das denn? Falsch So Dann kümmere ich mich mal um den Wolf Hier Viel besser mit nem Schild. Dann brauchen wir wieder Unmengen Holz. Geht's! Oh Und Inventar wieder voll Die ist auch voll Das kann hier auch schon direkt erforscht werden Fell Zwei Riemen Ups So Zwei Bandagen reichen erstmal hier Okay Dann gucke ich mal ob der jetzt heute Riemen anzubieten hat Der gute Mann I'm a professional in crafting weaponry Jo. Häh? Bringt das nicht? Doch jetzt. Oh, der hat nur einen gehabt. Wir können ihnen Schnüre verkaufen, bringt aber auch nicht so viel. Naja, immerhin haben wir jetzt einen Riemen. Ich müsste ja echt gern, wie wir die selber herstellen. Jetzt brauchen wir den Werkzeugmacher. Wie kommen wir da hin? Tricky. Ja. 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 Die produzieren da fleißig. Im Lager. Sehr schön. Oh. Momentan voll. Wird halt vielleicht auch mal Zeit hier für den Kessel und so, ne? Um bessere Sachen zu kochen, auch für die für die Für die Buffs. Das hier könnten wir theoretisch auch mal hin. Gleistern jetzt hier. Drei Seile. Wollen wir nur Hand für. Okay. Wollen wir nur Hand für. Das bekommt Blumen hier auch noch. So. Den Bogen. Dann. Packen wir uns erstmal hier rein. Oh. Lagerfeuer mit Kessel abgeschlossen. Taverne. Leider immer noch keine Riemen. Oder diese Werkzeug. Dings. Das brauchen Riemen. Erstmal das Ding herstellen hier. Waldflüge. Riemen. Wir brauchen Riemen. Oh. Himmel. Komm, wir machen jetzt noch mal welche fertig. In der Hoffnung, dass wir dann dadurch Riemen bekommen. Hier war doch auch irgendwo ein Banditenlager, ne? Ja, vielleicht können wir das ja auch komplett plätten. Da läuft einer über der Brücke. Oder auch drei. Wie ist das neue Weiß, die dich behandelt? Ja. Aber guck mal, können die vielleicht... Eis getroffen. Die haben wir. Der hat ja nicht so tolle Sachen. Oh, Vorsicht, Wolf. Hier sind wir. Hier sind wir. Okay, ich muss mein Schild ausrüsten. Okay. Ich muss mein Schild ausrüsten. Oh, ich wollte gerade wegrennen. Mann. Das ist immer einer bei, der ist so heftig dann, ne? Ich muss mich mal wiederholen. Ja. Das ist, dass wir in der Hübe verleten. Oh, Mann. All right. 머�flogen. Okay. ich muss mich in der Hübe. Irgendwo liegt hier auch noch was. Boah. Dann kommt der hier bis ins Dorf gerannt. Ne. Okay, boah. Kit Briggs ist unzufrieden. Ja, ich auch. Nicht mal Riemen hatten die dabei, aber was ist das? Schilde. Das kommt Kit erstmal dann. Wenn die dann mal wiederkommen. Im Kampf gefallen wird in Kürze als Arbeiter in deiner Siedlung erscheinen. Okay. Ja, ätzend. Ach, was war denn das ganze Schildsinn liegt, ey. Wahnsinn. Oh, muss das Hemd. Brauch auch Riemen. Riemen ist so das neue Ding irgendwie, ne? Dann erforscht doch erstmal ein Lager. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt mache ich das Fleisch mit So, den Kessel können wir hier noch aufstellen Zinnbaren Seile drei Stück Hm, den jetzt hingepackt So, richtige Seile Ich brauche Hanf Drei Seile Ram So Das gute Hanfseil Wann kommen denn die guten anderen beiden Männer her? Können auch hier nicht alles alleine machen Ähm Hanf Hatte ich das denn hier noch irgendwo? Wieso wird das hier nicht Das wird hier einfach nicht aufgefüllt Nein, Hanf ernten bitte Es wird auch Zeit, dass wir uns das langsamer hier anbauen können Da muss ich wahrscheinlich auch wieder diese Dorfhalle für erforschen Ist Alles steht im Feld mit den Riemen Oh, ist wieder irgendein Raid Im Anmarsch Oder eine Chance Ach, da seid ihr So, Rohstein und Zinnbarren Haben wir noch einen Zinnbarren Nee, aber wir haben Zinnärzt Brauchen wir nun mal wieder Brennstoff Den Kessel machen wir nun mal eben fertig jetzt Ich brauche ein paar junge Bäume hier irgendwie Wo stehe ich denn drauf? Ja, wird langsam rar hier mit Holz Na klar, Inventar voll Fünfmal Rohstein noch Das hatte ich doch auch noch irgendwo Ah Hier ist Kupfererz Das ist Kupfererz Da kommt schon einer noch. Hm, die waren jetzt vier Stück drin. Ja, die waren jetzt vier Stück drin. Ja, bitte. So, Kessel. Was können wir denn hier machen? Bärenmarmelade. Pilzeintopf. Feineintopf. Verschiedene Sorten. Mit Knoblauch und Wasser. Fischeintopf. Fleischeintopf. Okay, jetzt brauchen wir dafür mal Wasser. Jetzt brauchen wir auch wieder die nächste Stufe wahrscheinlich. Naja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal für heute. Wir müssen in die nächste Technologiestufe und müssen unbedingt irgendwie an Riemen kommen. Das heißt, wir müssen langsam ein Dorfzentrum bauen. Okay. Aber ich sehe gerade, unser Ruhm ist wieder ordentlich hoch. Das heißt, wir können in der nächsten Session uns einen nächsten Gefährten anlachen. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Lass gerne einen Daumen da, lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.